willkommen mein name ist an die rolle b und ich werde euch zurück zuletzt broters ultimate meine bros heißt ich brauche das salam bros so wen nehmen wir denn mal für diesen part es gibt nicht irgendwie mit weltraum zu tun hat hat nicht augen wieder zu tun keine ahnung ich könnte sagen muss man versuchen aber ich bin natürlich ollie mal versuchen aber nicht soll man wohl noch mal wohl mit starfox mäßig unterwegs ein duo aus inkopolis weist ihr in rechten fahrt das sind drei leute das sind mein ding ist in kohle ist ja aber die bildspiele tentacle sind die beiden moderatoren aus das platte und zwei hätten wir machen das leben schwer das platte und zwei wird irgendwann auch mal ein bisschen weiter gespielt aber jetzt erst mal habe ich genug sache da haben wir schon gewollt noch verschiedene lieder da könnt ihr euch eigentlich hier zum fängnis werden mary ich liebe dich ich glaube sie hat es nicht mehr gehört nein auch meine deutsche ich habe nur ihren englischen namen irgendwie im kopf könnte eigentlich ein bisschen länger ja machen damit ich mehr von denen sehe aber dass man hat das war überraschend einfach ja und die beiden dinger die beiden geister habe ich schon also ein geist weil ich die amibus habe und die eingescannt habe also ja natürlich habe ich die schon drei magischen schwestern kirby ok daher kommt ich bin nur um blocken und die tun sich gegenseitig voll zerstören ich bin nur für sie jetzt so war einfach so mit wolf ist auf jeden fall sehr viel einfacher rauszuhauen für alter ja also schon krass da waren drei leute also das sind zwei leute ist der true ist das video macht so awesome irgendwie was von dem spiel ritten fieber haben oder so ist wrestling mini spiel so geil aber der witz der crew poste die drei leute mit dem bildspiel der recht ist doch nicht das live aus jetzt ja alle konnte ein oder so geeignet konnte ein so ich muss nur den erlegen okay ich tue dann stand wahrscheinlich dabei ich tue einfach nur weiß nicht so einfachen gegnern achte ich gar nicht auf die dinger mehr da warte mal keine bespricht links noch geil das match von gifter luftangriff machen man das da ist jetzt meine angriffskraft noch mal höher angestiegen oder so weil ich jetzt wieder so ein angriffsding ausgerüstet habe aber vielleicht irgendwie ja hier sind zum beispiel grün und dann gibt es noch blau heißt je mehr dinge man von einem bestimmten typ hat man dann mehr schaden nimmt oder weniger oder man schneller ist oder irgendwie sowas weil ich habe nämlich soweit gefühlt weil meine geister sind einfach viel zu überpowered ja ja wir gehen erstmal weiter da sind zwar nur einige gegner die ich erledigen muss aber da hat snacks wenn er mal hier links entwickeln möchte ich gerade recht und jetzt bekommen schon vor und letztens ein paar parts wo ist dracula oder dna der ist ja neu glaube ich gewesen wir entwickeln wir jetzt mal er wird zum ok sieht doch nicht mehr so aus prinz von prinz auf sale das habe ich habe noch hier dracula hier sei mal so aus wie der hauptcharakter von minokoni dieser prinz hat ja oder so marcus wer ist das denn keine ahnung gott da ja zwei neue weiter kommt keine schwester soll zu folgen dass lisa ja das feiern da weiß natürlich was das ist das ist kleine schwester übrigens das ist kommt kleine schwester das ist xander ist einer hauptcharakter von freien beim feld und corinth kleine schwester oder stiefschwester und sie ist glaube ich auch von irgendjemanden die kleine schwester aber ich weiß jetzt nicht da ist aber mein feiern müssen zahlt sich aus die beste fähigkeit achten das graue und es ging gar nichts effektiv da kann man ja mal testen ist meine angst kraft gestiegen ich weiß nicht das mensch vergift an der tun nur gelegentlich vergiften das ist ein bisschen man geht um ein bisschen weg ich hoffe ich sehe da irgendwie so deutlich voll aufgeladen werden hat so viel informationen gibt es jetzt nicht doch sehr schaden ja tut schon für ein paar sekunden mehr schaden machen da kann man jetzt hier und kämpfen du bist so blöd oder es hat sind nur drei gegner die sind alle noch nicht mal richtig stark aber einfach nur weil es drei sind macht es das hier schon wieder so schwer irgendwie da kommt mal irgendjemand her war gibt es jetzt auch wirklich so 2 ich weiß nichts über ich weiß nichts mit über starfox star wings oder aber deutlich die ganze serie aber ich rede mir einfach mal ein das ist wie star wars nur beteilt mit a tier menschen naja kommt bestimmt hin alle starfox fans ihr wisst doch ihr wisst doch bestimmt ob es da geht und dazu richtig zusammengefasst ja da war sehr viel nerviger also eigentlich hätte sein müssen da ob es ein kämpfer das auch ein kämpfer ging von viele kämpfer ja geil ja ja x kleine schwester die in der englischen version mist heißt war irgendwie ein charakter nicht dann direkt irgendwie benannt worden wollte haben sie hat wohl geändert das tut das gibt es nicht ja gerade recht hat abgeblockt gott geließ gegen mehrere leute oder okay genau ich wollte aber ich dachte ich muss jetzt wieder gegen das ganze königshaus kämpfen auf die zahlen ja deswegen heißt es nicht weil das blöde dinge ist nein nein man kann auch hier was hast du noch mehr geworfen auch mit dieser blöden angel und jetzt hier wieder voll jungen hör auf mit dieser angebung gibt es da nicht ja man kann es dir vielleicht irgendwie so in die ecke locken eine idee jetzt komme er muss sie eigentlich nur deine ecke irgendwo locken dann raus boxen danke so schwer war das jetzt nicht da wird auch aufteilung aber wahrscheinlich genau gleiche wie jetzt wenn ich die eine ausgerüstet hätte sich selbst umändern damit ich ließ ausgerüstet habe das prinzip man verwendet sie in die kleine schwester weil sie mich ich habe irgendwie so einen kopf aber das recht unmichtiger charakter so glaube ich welche sind leuten teil hinten kam der bruder vor ich weiß nicht neun teil habe ich nie gespielt da hat man das gibt sogar deutlich gesehen gerade so lila bläschen ok gut wir sagen wir sparen dann auch das andere 130 dinge also muss ich da also stärker angriff in der luft wenn ich dann hinsparen nehme ich an mein kopf lang also punkte da ist er habe so hat gefühl von jetzt damit ein bisschen einfacher verstärkte smash angriffe mit auf gott das wird wehtun wenn ich den eimer ab warum er nein oder eigentlich wiederholen aber okay war sehr gut ja sind so acht prozent schaden umsonst teilt direkt damit bringt sich wenn ich ich habe geblockt und am angegriffen zur gleichen zeit hauswärter wird direkt im nächsten park spielt ich kämpfe nun mit gut so noch etwa meter leid bocht ich liebe sie ich mich dann halt irgendwie voll bär erst charakter oder so warum hat er so ein komisches thema irgendwie voll komisch an das ist aber auch gut er war trotzdem dabei falco weil sie nicht weiß gar nicht wieso warum ich den vor box oder wolf bevorzuge ja vorstellen der weg ist wird gerne fox spielen wenn er ein von den drei spielen würde ja ich kann mich auch irren weil auch kräftige angriffe also dort deutlich härter zu weil es die anderen beiden und da haben wir auch wederleid freigeschaltet werden von anfang an körbein jetzt so lange dauert es bei den wahlen von ihm freigeschaltet haben ich nehme an körbeis ein ihm aber ich habe kein geschlecht sowie totes habe ich auch erst letztens herausgefunden totes haben kein geschlecht weil es dann todet und vor allem es gibt ja irgendwie diese super kronen verwandlung von todet wo sie ihren aussieht wie piet sie dann irgendwie irgendwie eine frau sie eine transe der dran sie ist oder nicht weil sie verarschen von welchem pokémon mal noch mal thema der wird er denn weil sie nicht mehr ich glaube überhaupt probieren sophia oder nein bei den händen den händen wäre es hat von regi gas also direkt funktioniert nicht hau hat anders was gesehen das thema reagiert habe ich nie bekämpft irgendwie ist das ja irgendwie so ein ticket haben oder so auch so pokémon convention so richtig kompliziert okay alter den körbe sich nie ein verleibt der eben der ebene deinem weg ein gegen den in denen sich körper nicht verwandeln kann da auf jeden fall ich würde sagen der baum der baum den mann dem baum kann kann bin ich schlucken oder sturmwahlung kann ja nur gegner irgendwie schlucken liegen wieso groß sind wir ja ungefähr dass sie klare die chat ist eine transe und dann war es hat wichtige ist gut es ist wichtig dass ihr diesen also das noch im hinterkopf habt oh gott sein gehen aus dem weg müssen du jetzt rausgeflogen was tritt hat wenn ich jetzt in die fresse naja da kommt ich also rauskommst du irgendwie nicht dann komme ich ja was ja auch von woher ist was schön ich sage dankeschön und auf wiedersehen gut wie spiel wozu ob das jetzt aber richtig war okay ich meine ich hatte wieder 99 von irgendwas die maximale anzahl von irgendwas und da war weg und weg geworfen da sag ich doch ich habe mal ein körbe spiel gespielt auch kämpfer den ersten teil per retro konzert so youtube youtube ich habe das spiel wäre sehr viel einfacher gewesen ich von anfang an irgendwie immer die passenden dinge eingesetzt hätte verarbeit passenden geister und so ich dachte was ich jetzt daraus teleportierte naja du bist vergiftet das war diesen buch an um 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 zum und das da das genau das amerika leiden stark in die geflotte die 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 unsere r die 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 wird stark strom gefahren wo neben kämpfer der gegner staat mit den nintendo score oder ist nicht gut für dich wir wissen nicht was zu machen soll tschüss tschüss und tschüss weil es meiner wolfs klau nicht willkommen wolf technik sei noch ein satten ding war ein drängen war wieso geht man da weiter ich dachte ich habe ich sage richtig okay wo neben gegner ehrlich okay machen wir die noch alle kaputt und dann war ich treffe die ganze zeit überraschen ich treffe die ganze in den falschen wie du bist schon weg aber das kind der in den magen getreten und dann weggebrochen denkst du hast es ein spiel und tut ihm so weh weil ich liebe irgendwie geht es immer noch weiter aber ich habe den weg da freigeschaltet stehen nicht manche wird sich darauf geachtet okay dann war wieder irgendwas krasses also hat der in kampf immer mit diesen angriff startet das wie bei glu rat und den flammen links ja flammen blitz angriff ist so hin warum das war ein kampf jetzt auch falsch überraschen noch den ko erscheint verstärkung wieder dieser level weil den ding ist ja in nicht hd retros sei warte warte mit dem teil wisst euch das war das war tschüss seitwärts angriff bei dem zwischen irgendwie so ein kriterium das irgendwie ein punkt da irgendwie stärker ist oder so wie luigi ist hier ab dingen hat irgendwie sofort am anfang macht und den gegner da betrifft dann macht irgendwie mehr schaden und haus den gegner schneller aus so kürz auch hierbei so er bot an seite alle karts drakuladisch stil trifft eine wahl kommt man schaffen wir noch netten graves gab ja bei mont traversi belmont kittrake ich nehme an hier keine ahnung ich weiß nicht egal was ich eben meine 1000 geister punkte selbst besser keine deiner dingen sein weil ich kann alles zurückwerfen er hat gar nicht auf den zurück geflogen dabei in den schritt wir waren entweder der oder der vier sterne gegner und ich hatte keinen bock gegen den vier städten sterne geht nach sofort zu kämpfen ob es wieder weiter an auch schon schaden sagen vielleicht ja man kann sich auch wenn immer hinter mir zu rollen gabriel belmont sind eigentlich gar keine peitsche man die da auch sozusagen wegen wieso morgen stern habe ich so gefühl und da ist richtig nicht gut da kommen wir ja haubert an nicht so weit und ich habe schnell raus und natürlich hat der folgte aus und weiß ja nicht weiter machen soll er hat war jetzt mal sicher nein schuss gott konnte leider nicht entgegen genommen werden ist gut irgendwann 99 oder 1029 okay dann war es das riesenbad kann ich mir mal anderes mal holen vielleicht ist ja irgendwann auch gut perfekte reflektor weg das schild helfer hier brauche ich eigentlich nur noch nur noch ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn zehn länger noch okay das mehr schlatsschutz da ich nicht so oft in der luft kämpfe nämlich das hier mal weil luft treffe ich irgendwie nie gegner deswegen bringt irgendwie für mich nicht so da kann ich eigentlich jetzt auch nehmen weil ich nicht mehr mit nachteilen gegen ihre kämpfe gott jedenfalls das war es für diese folge wenn ich folge machen wir weiter mit dieser welt und ja ich bleibe mich als ich für zuschauen und sage tschüss bis zum nächsten folge like abo kommentiert und so nö tschau